Wie waren die Kulturen, die mit Leidenschaft Lehrer waren und es gab Kulturen, die mit Leidenschaft Bauer waren. Und es gab ein paar wenige, die waren beides, leidenschaftlich Bauern und Lehrer zugleich. Das habe ich ja schon erklärt, wieso immer, wie soll ich sagen, der Lehrerberuf in der Familie blieb. Das war allgemein, es gibt viele oder einige Familien in Württemberg, wo da auch so lange Dynastien sind. Was vielleicht dazu war, weil sie Landwirtschaft hatten, sind die Begabtenkullen hier geblieben und nicht fort. Weil Landwirtschaft auch wichtig war. Und dann kam dazu, die Landwirtschaft war die Grundlage für die riesige Gastfreundschaft. Die Fallen im 19. Jahrhundert und bis zu meines Großvaters Zeichen in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts durchgehalten wurden. Also Sonntag Kaffeetafeln mit 25 Leuten war üblich. Das sind auch sehr viele Studierende aus Tübingen und auch die sogenannten Seminaristen aus Urach aufgekommen, den Spaziergang gemacht und wenn sie hier einen Kaffee und Hefe gekriegt und mein Großvater konnte auch glänzend unterhalten und nach deren Ergehen fragen, dann sind sie wieder vergnügt, heimgewandert. Also das war auch mit. Und da war die Landwirtschaft halt eine geschickte Basis. Schaffen mussten sie. Also morgens mussten wir halt um halb sechs aufstehen. Mussten wir zuerst den Stall richten und wenn der dann fertig war, mussten wir sich total umziehen und waschen und dann in die Schule. Und die Schule war vorbei und dann ging es sofort aufs Feld. Also es war schon ein hartes Leben, wenn man so will. Und bei meinem Großvater war es oft so, dass dann ein Verwandter raufkam und gesagt hat, komm mal, es ist Besuch da. Dann hat er seine Kühe genommen und ist heimgefahren, hat die in den Stall gestellt und hat sich den Besuchen gewiegnet. Das Besuchen waren wichtig und das hat auch dazu geführt, dass die Hilberner Lehrer einen weiten Horizont hatten. Auch viel Wissen durch die Gespräche. Da sind auch sehr viele Durchreisende gekommen, auch sehr vornehme Leute. Also der baltische Adel hat immer, wenn er, wie soll ich sagen, nach Italien zur Kur ging, oft in Hülberstadt Sohn gemacht, um mal den Alpiotismus kennenzulernen und so. Und nach Norddeutschland hatten wir sehr gute Kontakte und vor allem ins Rheinland. Also Wuppertal, Barmen, Elberfeld, das waren Begriffe hier. Es gab später auch noch verwandschaftliche Beziehungen dorthin. Ja, also so ist Schulhaus, hat immer sehr weite Horizonte gehabt. War auch gut informiert über das Geschehen in der Kirche und in der Mission und hat auch alles oder beides kräftig unterstützt. Etwas, was wenig bekannt ist, aber auch noch wichtig ist, die Mütter waren auch sehr wichtig. Im 1900 gab es auch nicht so ein intensives soziales Netz wie heute. Also behinderte Kinder waren eine Last und kranke Kinder waren ein Übel. Und in vielen Stuttgarter Familien, wo es das natürlich auch gab, oder in Pfarrfamilien, hat man geguckt, dass die Kinder aus dem Haus kommen. Und dann hat die Schulmeisterin mehrere Großmütter oder Urgroßmütter gesagt, komm jetzt zu uns. Und so hat man zu dem Kinder, der Kinderschar, die immer groß war im Schulhaus, immer noch auch solche Gäste gehabt. Die waren manchmal auch von Vorteil, da hat ein reicher Kaufmann von Stuttgart, hat sogar die Mittel bereitgestellt, dass wir das Schulhaus noch ein bisschen erweitern konnten, damit sein Sohn ordentlich untergebracht wird. Das will ich jetzt nicht alles erzählen, auch sehr tragische Geschichte, aber insgesamt waren die Eltern immer sehr dankbar. Und der letzte Gast, will ich mal so sagen, der ist Ende 30er Jahre hier gewesen. Aber das war so, der war dann so geistig verwirrt, dass es die alten Tanten nicht mehr geschafft haben. Und dann hat mein Vater, das ist auch interessant, einen Brief geschrieben an die Eltern. Sie sollen gucken, dass sie ihn woanders unterbringen können. Das Schulhaus können sie nicht mehr machen. Also das ist auch wichtig gewesen, diese praktische Barmherzigkeit. Aber man hat nie darüber gesprochen. Also die Tanten immer erzählen, ihnen sei selber ein Rätsel gewesen, wie das alles arbeitstechnisch zu bewältigen war. Und der bedeutendste Kuhlin war der Korntaler Kuhlin, Johannes Kuhlin hier. Das war ein Sohn vom Schulhaus, Zweitgeborene. Und das war ein Blitzgescheiterkerle. Seine Mutter hat immer gesagt, das ist mein Hellauf. Und hat ihn dafür besonders streng erzogen. Und das ist auch die Situation, die ist fast skurril. Im 18. Jahrhundert gab es ja hier nur die Volksschule, die siebenjährige, sechsjährige, weiß ich nicht mehr. Also relativ kurz und sonst keine weitere Bildung. Aber er wollte weiter und hat dann, hier gab es keinen eigenen Pfarrer, ist also sonntags nach Grabenstetten gewandert. Das sind sieben Kilometer. Und hat dann nach dem Gottesdienst beim Pfarrer gebetet, er mögt mit ihm Latein lernen. Das hat er dann gemacht. Die Lateinbücher übrigens sind noch erhalten, die er hatte. Und ist dann wieder zurück. Und hat es dann so weit gebracht, als er später Lateinlehrer wurde, obwohl er nie im Gymnasium war. Und gleichzeitig hat er Französisch gelernt, autodidaktisch, aber auch mit riesen Fleiß und Aufwand. Also immer, tagsüber musste man arbeiten, das war klar in der Landwirtschaft. Also hat er beim Taltlicht, bei Kerzenlicht, dann büßen die Nacht hinein, dann studiert und gelernt. Und gleichzeitig war er theologisch sehr interessiert. Und der Spezial Hartmann, heute würde man sagen, Dekan Hartmann von Neufen, hat ihn hervorragend im evangelischen Glauben und Theologie unterwiesen. Da gibt es also, da muss er mal eine Stellungnahme machen, weil er angeklagt wird, er wäre Separatist oder so. Und hat er praktisch seine Glaubensgrundlage geschildert. Glänzend formuliert, hochtheologisch mit 26 Jahren, ohne Studium. Er ist dann später Mitbegründer Korntals gewesen, hat die dortige Schule geleitet. Es gibt einen Korntal, eine Kullenstraße, eine Kullenschule und so weiter, das geht auf ihn zurück. Und später haben ihn die Wilhelmsdorfer, das war ja die zweite pietistische Gründung im Oberland, zum Pfarrer gewählt. Und das musste dann durch den König, der war ja der höchste Chef der Kirche gewissermaßen, bestätigt werden. Und die Bestätigung hat er auf seinem Sterbebekt bekommen. Er ist also nicht so alt geworden, Anfang 50 ist er gestorben. Aber er war überragend. Und von ihm ist ein sehr populäres Buch da, die 40 Erbauungsstunden über die Offenbarung. Das war im 19. Jahrhundert eine Art Bestseller, ist mehrfach aufgelegt worden. Ich habe ihn auch mal ein bisschen hineingelesen. Es ist so, es ist in der Offenbarung, legt es nur als Evangelium aus. Also das ist so, die Zirnschalen Gottes und die großen Gerichte immer, der Herr wird es recht machen. Und so, das war der Grundtäner seiner Theologie. Ja, und dann sein Namensväter gewissermaßen und Großneffe, das war der Johannes Kulin hier. Das muss eine überragende Persönlichkeit werden, der die Güte weitergeben konnte, die wir durch den Heiland erfahren. Er hat im 19. Jahrhundert als Lehrer bis zu 70 Schüler unterrichtet. Und bis 78 war er Lehrer. Das würde GEW der Amok laufen, auch mit Recht, das geht gar nicht mehr anders. Aber er war aus Leidenschaft. Und von ihm hat er erzählt, dass er nie einen Stock brauchte. In einer Zeit, wo es Züchtigungsrecht gang und gäbe war. Wo der Lehrer manchmal auch ganz statistisch war, hat er das nie gemacht. Er hatte eine natürliche Autorität. Und er hat, von ihm heißt es, er hätte in Hülpen in jedes Haus gehen können. Also das heißt, er hatte keine Gegner. Das war dann später nicht mehr so der Fall. Also im Hause Kulin gefallen, wo noch auch Hülpen politisch wurde. Und da gab es noch schon auch gewisse Spannungen zwischen Schulhaus und im Dorf. Aber nie bittere. Vielleicht, wenn ich gerade das schon erwähnen will, muss ich es auch erzählen. Mein Großvater, Albrecht Kuhlen, das war ein energischer Mann. Ich kann sagen, Bericht schrieb, er hat nie in der Stunde gesprochen, hat aber jede Stunde besucht. Und war ganz wichtig, weil er eine wunderbare Stimme hat und musikalisch war, hat er immer angestimmt. Und dann konnte die Begabung der Hülwörner, konnte da zur Blühe kommen, also diese schönen Gesänge, die sie haben. Und dieser Albrecht war ein Gegner des Sozialismus und Kommunismus. Und zwar, weil es atheistisch war, weil sie nichts von Gott wissen wollten. Das mag heute anders sein, aber damals war das so. Hülpen, das furchtbar arme Hülpen war geistlich geteilt. Die eine Hälfte waren Christen und die andere waren Kommunisten. Und das hat sich dann in der Weimarer Zeit, da hat es da wirklich Spannungen gegeben. Und da ist so, da ist er mal ein Agitator. Meistens sind die Agitator kommen ja von außen, also von Reutlingen kommen dann auf der Kirchentreppe, also große Hetzreden gehalten. Und dann hat mein Großvater gesagt, komm runter, du Lump, sonst hole dich. Und dann sind die Rote aufmarschiert, gell, und das war eine bedrohliche Situation. Und da war also kurz vor Schlägerei war das da. Ja, dann ist er auseinandergegangen. Am nächsten Tag war der Großvater mit seinem Fuhrwerk unterwegs und ist im Acker hängen geblieben. Und dann sind die Arbeiter von Urach gerade draufgekommen und dann haben sie das gesehen, dann sind sie da rübergekommen und haben geholfen. Also diese kommunistische Arbeiter. Also das ist so, man hat menschlich, hat man sich nicht verletzt oder so. Aber ideologisch war es eine klare Trennung. Aber der Großvater hat noch einmal auch Kompromisse gemacht. Er hat bei jeder Beerdigung, war er mit auf dem Friedhof. Und das war früher schon an der Leichenzug so durchgegangen, da stand er vor der Haustür mit dem Zylinder in der Hand. Und wenn er an der Zug vorbei war, hat er aufgesessen und hat sich hinten angeschlossen. Aber bei den Kommunisten hat er vorher im Friedhof umgedreht. Da hat man gefragt, warum, ja er will das rote Geseire da nicht hören, was da am Grab gesagt wird. Also da war er der Konservant, er wollte dem Ortsbürger den Respekt und Ehre erweisen, aber nicht dem Geschwätz der Funktionäre. Also insofern war er schon eine eigenartige Persönlichkeit oder geprägte Persönlichkeit, sagen wir so.